Nur wenn das Äußere überzeugt, findet das Innere den Weg zum Kunden. IBA Hartmann GmbH & Co. KG – Ihr Spezialist für Produktpräsentation, Dokumentation und Verpackung. 1955 in der traditionellen Handelsstadt Augsburg gegründet, greift das Familienunternehmen auf einen rund sechs Jahrzehnte reichen Erfahrungsschatz zurück. IBA steht für drei Kernkompetenzen – Idee, Beratung und Anfertigung. Gemäß diesem Anspruch produzieren wir maßgeschneiderte Produkte. Für den professionellen Unternehmensauftritt, die erfolgreiche Markteinführung, die übersichtliche Produktdokumentation. Kunden verschiedenster Branchen und Größenordnungen vertrauen auf die Professionalität, die Kreativität und die persönliche Beratung der IBA Hartmann in Augsburg. Kreative Vielfalt, verbunden mit der Qualität Made in Germany, bestimmen die Produktpalette unseres seit 1996 nach ISO-zertifizierten Unternehmens und sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit. Unser Anspruch ist es, jeden Kundenwunsch mit Leidenschaft, Kreativität und hoher Sachkenntnis umzusetzen. Wenn unsere Kunden dann von gestiegenen Verkaufszahlen berichten oder davon, dass ihr Produkt erst durch unsere Verpackung so richtig wahrgenommen wurde, dann ist dies der schönste Beweis für unseren Erfolg. Erfolg, der bei IBA Hartmann von jedem, der über 100 Mitarbeiter mitgetragen wird. Durch Know-how, Teamgeist sowie einer spürbaren Begeisterung fürs eigene Produkt. Stolz ist IBA auf die eigene Ausbildung, die sich in einer über 15-jährigen Treue zum Unternehmen widerspiegelt. In der Musterwerkstatt entstehen innovative, designstarke und bis ins Detail durchdachte Prototypen, die in der Produktion mit viel Erfahrung gefertigt werden. IBA Hartmann Logo-Line. Das sind ganz spezielle Produkte. Produkte, die das Logo des Auftraggebers tragen. Papier und Karton werden buchbinderisch verarbeitet, Folien mittels Hochfrequenztechnik und Thermokontaktverfahren verschweißt. Durch den eigenen Werkzeugbau wird sichergestellt, dass alle artikelspezifischen Details von Anfang an berücksichtigt sind. Dank eines modernen Maschinenparks sind die Produktionsschritte modular aufgebaut und ermöglichen eine fantasievolle Produktgestaltung bei wirtschaftlicher Serienproduktion. Mitte der 80er Jahre erweiterte sich das Portfolio durch IBA Hartmann Leder. Edles Naturmaterial und strapazierfähiges Nylon werden hier verarbeitet zu Spezialtaschen, Betwees, Messeschoppern und Tagungsmappen. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden definiert ein Feintäschner-Meister im Ledermusteratelier die Details des Wunschartikels. So entstehen individuelle CI-Produkte, keine allgemeinen Werbeartikel. Begleitet wird die Sonderanfertigung von IBA Hartmann Office Line. Mit IBA Büropapieren und Briefumschlägen sind wir Ihr Partner im klassischen Büroalltag. Kontinuität, Vielfalt und Qualität aus einer Hand. Bundesweit tätige Fachberater, die 100%ige Kundenorientierung. Das ist es, was uns als Individualanfertiger auszeichnet und tagtäglich für eines sorgt. Ideen zum Leben zu erwecken. Die überzeugen. Vorfreude wecken. Und begeistern. Musik 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 Vielen Dank.